Hallöchen! Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play von Life of German. Ja, hier ist wieder in der nächsten Stelle und ich will euch heute zeigen, wie sie aussieht, wenn ein Trucker seine Aufträge fährt. Also, man nehme einen Trucker. Ich demonstriere mal den Trucker, das bin ich hier. Oh. Aua. Gut. Gut. Ja, um einen Auftrag zu fahren zu können bei den Trucker, muss man natürlich Voraussetzung Trucker sein. Ja, also. Man geht in den Truckerlager, drückt die Taste N. Dann kommt dieses wunderschöne Fenster. Möchtest du einen Lieferwagen befüllen? Ja. Gut. Dann haben wir da so einen wunderschönen Checkpoint. Davon werden zehn weitere erscheinen. Aber man braucht einen Stapler. Wir nehmen einfach mal ein Ding, der natürlich leer ist. Wey. Läuft doch. Dann nehmen wir uns halt einen neuen Stapler. Naja, der hat noch 21 Liter. So. Ne. Hallo. Jetzt. So. Man hat da so eine wunderschöne Kiste und ich zeige mal euch, was man mit einer Kiste alles anstehen kann. Ja, man kann ja nicht richtig gut Derby machen. Oh, gut. Jetzt haben wir die Kiste verloren. Hm. Nochmal. Tschüss, Stabler. Tschüss, Stabler. Boah. Also, das ist ja auch eine Kunst, die Stabler zu fahren, ne? Also, das ist ja... ...wirklich... Krass, die Stabler raus. Verbesserungsvorschlag, die Halle muss größer, wenige in der Nässe. So. Es gab ein kleines Mapping-Update. Ne, Quatsch, ich lüge. Ich meinte ein kleines Update. Das Mapping-Update kam mir jetzt irgendwie dazwischen. Ich muss mich jetzt hier leider entschuldigen für diesen Ausrutscher. Ich meinte natürlich ein kleines Update. Ich kann euch auch gleich zeigen, was neu ist. Schnell hinhecheln. Spring. Spring. So. Drücken wir N. Waffenlieferung ist neu. Können wir noch nicht machen. Kommt mit der 2.2.8 F5. Es ist leider kein Business drin. Kann wir Lager auffüllen? Können wir auch nicht. Na gut. Haben wir einen Einzelbetrieb. Hm. Hm. Schön. Dann würde man den von 900, der ist nicht so weit weg. So. Dann nehme ich natürlich noch das entsprechende Fahrzeug, was ich auch fahren darf. Ich darf natürlich mit Benzen fahren. Ich finde, man sollte eigentlich fühlen, dass die Lieder mit Handlings auf Dreh fahren dürften. Oh, sind sogar drei Stück da. Immer erst mit G einsteigen. Gucken, ob Mindestschaden fahren ist. Er ist standardgemäß abgestellt. Das ist schön. Dann nehmen wir ihn doch auch mal gleich. Machen das Licht an. Wie gesagt, wir machen das Licht an. Und wir haben nur ein Licht vorne. Aber ey. Keine Sorge. Einfachs Drops anmachen. So sieht's doch schon besser aus. So. Wir haben einen Auftrag. Das Tor ist offen, aber ich traue mich nicht rauszufahren. Gut, dass ich nicht rausgefahren bin. So. Ich werde über die Fahrt jetzt mal nichts quatschen. Genießt sie einfach, die Fahrt. Schöne hinunter. Also. Das war's. 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 Das war's.